Jo, ich mache ein sehr kurzes bei schlechtem Licht, Zwischenstand zu dem Jo, ne das geht so nicht, mache ich doch lieber noch ein Licht mehr an, das müsste bei mir alles genug Licht sein, es ist Samstag und ich habe hier ein bisschen Gold gemacht letztens, eine Figur hier angefügt schon mal, sieht schon ziemlich spacig aus, bei dem anderen Jo, habe ich nur Gold gemacht, seht ihr, und ist ja fast schon albern, so ein kurzes Video zu machen, aber ich finde es nicht schlecht, man muss ja auch zwischendurch Dinge passieren lassen, also hier habe ich schwarze Outlines hinzugefügt, wie gesagt, im I-Punkt ist eine Figur, die schwebt da und schwebt, ich weiß nicht, wie ich weiter arbeite, ich brauchte was für das Fitnessstudio, das hier rumsteht, und war jetzt hier länger nicht, an Korczak habe ich auch weiter gemalt, aber in diesem Sinne, video. So, 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 Untertitelung des ZDF, 2020